Wenn dir wichtig ist, was auf der Erde so abläuft, dann schau dir dieses Video unbedingt bis zum Ende an, weil hier kommt eine wichtige schamanische Botschaft. Wir Menschen machen ja ziemlich viel kaputt auf der Erde, ist ja nichts Neues. Wir sägen sogar an unserer eigenen Existenzgrundlage, wo man sich echt fragen kann, ja warum denn? Und nicht wenige Menschen richten sogar sich selbst und ihr Leben, ihr eigenes Leben zugrunde, wo man sich fragen kann, ja warum denn? Und die Menschheit sieht so aus, als würde die so auf Messerschneide entlang balancieren. Aber es gibt eine stille Macht auf der Erde, die die Menschheit seit jeher beschützt hat und zur Zeit auch. Und vor allem vor sich selbst. Okay, schauen wir mal kurz auf das Wesen der Menschheit, um zu verstehen, was ich dir nachher über diese Beschützer erkläre. Menschen sind ja Wesen, die die Werkzeuge bauen, um sie zu nutzen, damit sie Dinge tun können, die sie ohne diese Werkzeuge nicht tun könnten. Also die erweitern sich sozusagen ihre Fähigkeiten, ihre Kompetenzen dadurch, dass sie Dinge erschaffen und die dann entsprechend nutzen. So können Menschen an eigentlich lebensfeindlichen Orten überleben. Die Menschheit konnte sich auf der ganzen Erde ausbreiten, auch an Orten, wo sie eigentlich nicht lebensfähig ist. Und kann Naturkräften trotzen, nicht allen, aber den meisten und sie beherrschen und kontrollieren und so weiter und so fort. Die Menschheit oder das Menschsein erschafft sich selbst mehr Macht, als sie eigentlich von Natur aus hat. Aber das gehört auch zur Natur, das Menschsein, dass der Mensch sich mehr Macht erschafft. Und da Menschen ihr Wissen an ihre nächste Generation weitergeben, geschieht das auch immer schneller, dieses Macht erschaffen, Möglichkeiten erschaffen. Kontrolle ausüben, das bedeutet, dass die Macht, die die Menschheit sich erschafft, wächst ihr sehr schnell über den Kopf. Das ist das, was wir gerade zur Zeit sehr beobachten. Das ist im Moment einfach sehr stark. Aber man muss auch sagen, genau so entwickelt man sich ja auch weiter. Indem man aus der Komfortzone rausgeht und sich hier auf unbekanntes Terrain begibt. Und das halt manchmal auch blauäugig, weil man einfach vorab gar nicht wissen kann, was Konsequenzen sind und das gar nicht überblicken kann. Und man möchte einfach vorankommen. Und diese Neugierde, die treibt die Menschheit einfach an, Unbekanntes zu erforschen und zu gucken und zu nutzen. Und ja, aber würde man sich jetzt nicht daraus wagen, bevor man alles weiß, was man nicht wissen kann, bevor man nachguckt, wirklich nachgeguckt hat, dann gäbe es Stillstand so bei der Menschheit. Und Stillstand gehört nicht zum Menschsein dazu. Der Mensch möchte sich stetig weiterentwickeln. Und das Problem ist halt, dass das wird heute umso ersichtlicher, dass halt ein paar Generationen später, dass die Erben quasi dann ausbaden müssen, beziehungsweise die sind gezwungen, das Erbe anzutreten und den Schaden wieder gut zu machen oder die vererbten Probleme zu lösen. Aber was ich gelernt habe, wenn Menschen eines gut können, dann ist es Lösungen finden und ihre Entwicklungen immer weiter vorantreiben. Problem lösen, also Probleme schaffen und Probleme lösen, das kann die Menschheit gut. Okay, zu den geheimen Beschützer der Menschheit, da komme ich gleich dazu. Bleibt dran, das ist alles wichtig. Wir Menschen auf der Erde sind kosmisch betrachtet eine Spezies, die relativ kurz davor steht, eine kosmische Spezies zu werden. Bisher sind wir hier, die Menschen auf der Erde sind eine planetare Spezies. Das heißt, sie sind auf ihren eigenen Planeten, auf sich selbst fokussiert. Die gucken zwar so ein bisschen immer, aber haben eigentlich überhaupt keine Ahnung, was da so abgeht, außerhalb des eigenen Planeten, wenn man den überhaupt eigen nennen kann. Es ist wohl so, dass Spezies, bevor sie reif sind, über ihren eigenen Planeten hinauszuschauen, dass sie dann erstmal ein riesiges Chaos auf ihrem eigenen Planeten veranstalten. Das ist wie eine Pubertät. Und manche schaffen es nicht und andere schaffen es. Und hier geht es nicht nur um einen technologischen Fortschritt, der ist ja im Moment sehr stark auf der Erde, sondern es geht auch um spirituelle Entwicklung. Die hinkt etwas hinterher. Da geht auch viel, aber die hinkt hinterher. Die ist nicht so im Mainstream angekommen. Die kann man nicht so gut verkaufen sozusagen. Da kann keiner richtig gut verdienen oder was auch immer da die Gründe sind. Eine Spezies kann technologisch kosmisch werden, aber auch von ihren inneren Fähigkeiten her, von ihren magischen, spirituellen Fähigkeiten, von ihren, ja, Menschen haben so krasse Fähigkeiten, sind aber so oft auf ihren technischen äußeren Fortschritt fokussiert und da zu konsumieren. Und die Menschheit ist jetzt an einem Punkt, wo es um beides geht. Und die Menschheit ist sehr unausgeglichen. Das wissen wir auch. In manchen Bereichen will die Menschheit den Status Quo ums Verrecken aufrechterhalten und in anderen Bereichen diesen schnellstmöglich verlassen, ja, da gar nicht bleiben. Und oft auch beides gleichzeitig, ja, die einen wollen das, die anderen wollen das und dann reißt es auch und dann gibt es Reibung. Menschen ziehen einfach im Moment nicht global an einem Strang. Da wird um Kleinigkeiten gezankt und um Ressourcen und die haben einfach nichts große Ganze im Blick. Wenn die wüssten, was noch so um sie herum außerhalb ihres Planeten so abgeht, dann würden die ganz schön große Augen machen, ja. Und von außen betrachtet zeigt die Menschheit hier nicht, dass sie für das Ganze, für das große Ganze Verantwortung tragen will. Vor allem nicht für sich selbst, ja. Und es sieht auch so aus von außen, dass da jeder einfach oder im Durchschnitt einfach nur Recht haben möchte, sich profilieren möchte, konsumieren möchte, auf die eigene Sicherheit schaut und einfach nicht über das eigene Leben hinausblickt. Oder manche mehr, manche weniger, aber die meisten überhaupt nicht, ja. So sieht das von außen aus. Und das lädt natürlich, also diese Uneinigkeit lädt natürlich auch, ich sag mal, Leute ein, die sich daraus Vorteile ziehen wollen, ja. Und sobald die Menschheit aber eine Einigkeit erzielt und eine höhere Vernunft und ein Mitgefühl der neuen Dimension, wird sie zu einer krassen Macht im Kosmos. Das ist der Plan, da geht's hin, das ist nur eine Frage der Zeit, eine Frage der Realität. So, und jetzt zu den geheimen Beschützern, um die es hier eigentlich geht. Es gibt viele auf der Erde, die Interesse haben, dass die Menschheit das packt. Aber die, von denen ich dir jetzt erzähle, hast du bestimmt nicht gedacht. Es sind die Bäume, die Bäume, ja, in den Wäldern, die Bäume. Das Lebensnetz der Bäume stabilisiert das ganze Geschehen auf der Erde enorm. Und wenn die nicht das ganze Hin und Her der Menschheit ausgleichen würden, dann gäbe es vielleicht schon längst keine Menschheit mehr. Bäume helfen dabei, dass die Menschheit zu einer kosmischen Spezies werden kann. Daher ist es wichtig, die Bäume zu erhalten, sie zu pflegen und sie auch zu ehren. Allein eigentlich müsste reichen, weil sie da sind. Ja, aber Menschen brauchen ja immer einen guten Grund. Das müsste ja der krasseste gute Grund sein. Die Bäume, die sind hier, was das betrifft, dieses große Ganze, immens viel wichtiger, als sich die meisten vorstellen können. Sehr, sehr, sehr viel wichtiger. Und umso krasser ist es, dass in manchen Gegenden der Erde täglich so viel Wald zerstört wird. Denk mal darüber nach. Das ist schon krass. Ja, teile bitte dieses Video mit Freunden und Bekannten und hilf mit, dass möglichst viele hier aufwachen und begreifen. Und vor allem dabei helfen, die Wälder zu erhalten. Ja, teile bitte dieses Video mit Freunden und Bekannten.